Nummer 1 ist das Blade Aqua W1 von Bluefin Fitness. Erstmal wieder die Eigenschaften Es ist ein sehr stabiles Wasserrudergerät aus hochwertigem Eschenholz mit einem 2 Kammer Tanksystem. Das bedeutet, dass der Tank in eine äußere und eine innere Kammer unterteilt ist. Außen ist die aktive Kammer, die für den Wasserwiderstand sorgt. Die innere Kammer kannst du als Reservetank sehen, über den du immer wieder Wasser in den aktiven äußeren Tank nachfüllen kannst, um einen höheren Widerstand zu haben. Das funktioniert auch umgekehrt und erspart dir das Einfüllen und Abpumpen des Wassers, wenn du den Widerstand verändern willst. Zum Befüllen des Tanks bekommst du zudem eine elektrische Handpumpe mitgeliefert. Die Maximalwerte sind mit maximal 2 m Körpergröße und maximal 200 kg Körpergewicht sehr hoch. Das Display liefert dir die Daten Zeit, Distanz, Ruderschläge Gesamt, Ruderschläge pro Minute, Watt, Kalorienverbrauch und Puls. Für die Pulsmessung wird auch hier ein extra Pulsgurt benötigt. Es kann mit der externen Kinomap App verbunden werden. In der Gratisversion gibt es derzeit 7 Rudervideos zum Mitrudern. Für die Vollversion musst du einen Monatsbeitrag einplanen. Das Rudergerät lässt sich dank der Transportrollen gut verschieben und hat ein innovatives Klappsystem, mit dem sich das Gerät sehr platzsparend zusammenklappen lässt. Insgesamt ist das Blade Aqua ein hochwertiges und robustes Wasserrudergerät. Besonders ist das Herzfrequenzprogramm, abgekürzt HRC, bei dem du einen Zielpulswert eingibst und sich anschließend die Belastungsintensität dementsprechend automatisch anpasst. In dem Zielmodus kannst du aber auch die Zeit, die Distanz, die Ruderschläge oder die Kalorien als Zielwert eingeben. Das Training ist vorbei, sobald du das jeweilige Ziel erreicht hast. Bluefin Fitness gibt dir im ersten Jahr eine 100% Zufriedenheitsgarantie, die garantiert, dass alle potentiellen technischen Reparaturen komplett kostenlos instand gesetzt werden. Wenn du es kaufen willst, gibt es das Modell gerade am günstigsten bei Amazon. Bluefin Fitness selbst hat es aber auch zeitweise im Angebot. Diese verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Bluefin Fitness. Bluefin Fitness. Bluefin Fitness. Bluefin Fitness. ... ... ...